Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tram Simulator Urban Transit. Wir machen weiter mit der wahrscheinlich letzten Mission. Wir sind dabei hier gerade Highlander Park, West Oakwood, Oakwood, St. Anthony, Lakeside View auf Level 4 zu kriegen. Ist einer der Aufgaben, die wir aktuell haben. Wahrscheinlich die letzte Mission, wie gesagt. Wir sollen alle Stufen aller Stadtteile oder wir sollen die Stufen aller Stadtteile auf mindestens Level 4 bringen. Wir sind gerade dabei hier in dem Gebiet alles auf Level 4 zu bringen. Da müssen wir hier drüben noch ein paar Ortsteile oder Stadtteile auf Level 4 bringen. Ein paar haben wir da schon. Valley Spring ist schon. Bekunia ist schon. Und ich glaube hier unten Millbrook ist schon auf Level 5 sogar. Also wir haben da schon ein bisschen was gemacht, aber es müssen noch einige Haltestellen trotzdem gelevelt werden. Und ja, damit sind wir seit der letzten Folge, glaube ich, fleißig dabei oder auch schon seit der vorletzten Folge. Und damit machen wir einfach weiter in der Folge. Wir fahren also jetzt einfach hier die Routen ab. Oh, habe ich... Hey, ich hatte doch die Türen offen. Egal. Ja, da sind wir jetzt auf jeden Fall mit dabei. Und leveln die Haltestellen schnell hoch und dann sehen wir ja, ob es die letzte Mission ist oder nicht. Wir hatten ja am Ende der letzten Folge noch nachgeschaut, ob das eine Fahrzeug jetzt wirklich auch mittlerweile ein Scheibenwächer verpasst bekommen hat. Und tatsächlich. Das hat mich... Ich nehme diese Folge ja direkt jetzt im Anschluss von der letzten Folge auf. Und es hat mich einfach von Grund auf jetzt schockiert. Es hat mich von Grund auf jetzt schockiert, weil das Spiel sowieso schon viele Schwächen hat. Viele Punkte, die einfach nicht gut gemacht sind. Und dann haben die hier einfach solche Patzer drin, dass der Scheibenwächer fehlt oder dass hier die Zielanzeige die Schrift gerade drauf hat und somit absteht an der Zielanzeige. Man sieht es ja jetzt wieder an der Schrift oben. Die ist einfach nicht an den Radius angepasst. Die ist einfach gerade da drauf. Ah, ich verstehe einfach nicht, warum man das gemacht hat. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, was die Entwickler da geritten hat. Ich kann die Rampe gerade nicht einfahren. Leute, ich kann die Rampen nicht einfahren. Jetzt geht's. Gut, ging anscheinend nicht, weil da schon jemand auf der Rampe drauf stand im Fahrzeug drin. Naja. Ah, man hat irgendwie bei dem Spiel, ich weiß nicht, man hätte das wirklich weglassen sollen. Ich glaube, man hätte das gar nicht bringen sollen. Man hätte auch, glaube ich, gar keinen Tram DLC für den Busnimmolator bringen sollen. Hätte man das einfach weggelassen, ähm, ich glaube, das wäre kein großer Verlust gewesen. Wie gesagt, dieses Spiel hat auch, ähm, oder wie in anderen Folgen gesagt, dieses Spiel hat wieder dieses Phänomen, man möchte einfach die Missionen durchspielen. Man möchte einfach die Story durchspielen. Man möchte sich quasi das beweisen, dass man das alles geschafft hat. Das ist so der Anreiz von dem Spiel. Man möchte immer die Missionen schaffen und weiterkommen. Aber man darf halt echt nicht über Realität oder sowas hier nachdenken. Oder über die Umsetzung darf man auch nicht nachdenken. Ja, dass die Tram über die Autobahn fährt, ist schon sehr fragwürdig. Hat sehr viele fragwürdig quasi dagelassen in den Kommentaren. Ähm, dass auf der Autobahn, wo jetzt die Tramgleise verläuft, nicht mal mehr eine Leitplanke da ist, weil es uns mit der Tram nicht gepasst hätte, ist fragwürdige Entscheidung. Dann, ähm, ja, keine Ahnung. Es sind so viele Punkte, wo man sich dann so fragt, warum? Es gibt auch keine Straßenbahnsignale. Es ist alles so halbherzig hingerotzt, wenn man das eigentlich mal so ernsthaft sagen darf. Es tut mir wirklich leid, dass ich gerade wieder nur am Schimpfen bin. Aber es ist einfach keine 20 Euro wert. Es ist lieblos dahingerotzt. Es macht zwar wieder Spaß auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist halt... Es ist kein Drumsimulator. Das steht halt im Titel drin. Es ist ein Drumspiel für zwischendurch ohne Wert auf Realität. Und die Entwickler haben auch keinen Wert draufgelegt. Und Sandy, die scheiben wir ja nicht vergessen bei der modernen Bahn. Ja, ach Gott. Ich darf nicht nur schimpfen, sonst kriege ich wieder böses Dudu in den Kommentaren, dass ich nur am Meckern bin. Ich meine, ich muss es ab und zu mal aufgreifen, wenn Spiele nicht gut sind. Ich bin da auch so ein bisschen verpflichtet zu, finde ich. Weil sonst würde ich falsche Tatsachen hier verbreiten. Ja, wenn ich jetzt einfach die ganze Zeit das Spiel abfeiere und sage, Joa, es ist geil, boah, schön, boah, macht es Spaß. So wie ich es beim Alaskan Road Truckers mache. Weil das Spiel ist halt einfach gut. Ja, klar, es stürzt auch mal ab, es hat ein paar Fehler noch. Aber es ist spielerisch einfach geil. Ja, und da bin ich die ganze Zeit so drauf, ja, boah, geil, macht voll Spaß und so weiter und so fort. Das könnte ich bei dem Spiel hier nicht bringen. Es hat einen gewissen Spaßfaktor, aber nicht so, dass es halt über alle Schwächen hinweg lenkt, ja. Bei Alaskan Road Truckers ist es so. Auch wenn es abstürzt, es ärgert mich jedes Mal. Aber es macht dann wieder so viel Spaß, wenn man weiterfahren kann, wenn man das Spiel wieder neu geladen hat, dass du das einfach wieder komplett vergisst und du bist wieder da voll in deinem Element drin und hast wieder deinen kompletten Spaß. Hier fährst du halt von einer Schwachstelle in die nächste. Und ich versuche zwar so ein bisschen auszublenden, dass das hier nicht real sein soll, aber es hinterlässt halt trotzdem bitteren Nachgeschmack. Oder bitteren Beigeschmack, sagen wir es so. Aber eins, einen positiven Punkt, muss ich halt wirklich lassen. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich finde, man hat die Mission bis jetzt nicht ganz so schlimm designt wie im Bus Simulator 21. Klar, diese Aufgabe hier jetzt ist auch wieder nur so eine Aufgabe meiner Meinung nach, um die Spielzeit zu strecken. Ja, mag ich nicht, wisst ihr alle. Aber im Bus Simulator 21 war das noch, bringe alle Haltestellen auf Level 5. Ja, hier waren öfters mal so Aufgaben, bringe den Stadtteil oder den Stadtteil auf Level 4. Im Bus Simulator war das immer, bringe den Stadtteil und den Stadtteil und den Stadtteil auf Level, was weiß ich. Davon hatten wir nur zwei Aufgaben hier, wo man wirklich mehrere Stadtteile auf ein bestimmtes Level bringen sollte. Ansonsten zu Beginn hatten wir meistens nur, bringe den oder den Stadtteil. Das heißt, man hat das da für den Spieler ein bisschen angenehmer gestaltet. Hier bei der Aufgabe, dass man da jetzt auf Level 4 gegangen ist, ist ja eigentlich auch ein kleines Entgegenkommen. Ist aber immer noch eine Aufgabe, die man sich eigentlich sparen könnte, weil den wenigsten Leuten macht diese Aufgabe Spaß. Weil es einfach nur die Spielzeit ins Unendliche streckt. Ist halt leider so der Fall. Ähm, aber man hat sich auf jeden Fall gebessert, was das betrifft. Weil das war im Bus Simulator echt schon eine fiese Nummer. Deswegen, es ist ja nicht alles schlecht. Wie gesagt, die Fahrgeräusche von den Trams sind stellenweise auch in Ordnung. Ja, stellenweise. Nicht bei allen stellenweise, aber ist okay. Und wer einfach mal so zwischendurch ein bisschen Tram fahren möchte, nichts Genaues lernen möchte in der Simulation, kein reales Fahrgefühl haben möchte, sondern einfach nur eine Straßenbahn fahren möchte, für den ist das Spiel hier richtig. Aber wer halt ein bisschen Wert auf Realismus liegt, für den ist auf jeden Fall Dramsim die bessere Lösung. Auf jeden Fall. Weil Dramsim hat halt wenigstens Straßenbahnsignale, hat realistischere Bahnen, ja, die fahren besser, realistischer und so weiter. Auch wenn Dramsim auch Fehler hat und Schwächen hat, ist es trotzdem tausendmal besser als dieser Dramsimulator hier. Muss man leider so ernsthaft sagen. Also wenn man wirklich mehr Realismus haben möchte. Ich sag's ja immer wieder, wenn man irgendwann mal richtig Realismus haben möchte, dann wird wahrscheinlich der Lotus-Simulator für einen was sein. Aber bis der halt mal richtig spielbar ist und fahrbar ist, dauert's wahrscheinlich noch, bis ich in Rente gehe. Aber das geht dann wahrscheinlich etwas mehr in die Richtung Realität. Und bis dahin ist Dramsim halt eine gute Wahl. Für wen vielleicht dieses Spiel hier noch was ist, wäre halt für vielleicht komplette Anfänger, komplette Einsteiger im Gebiet, Bus, Bahn, ja, beziehungsweise Bus hier ja nicht jetzt im Dramsimulator, Urban Transit, aber zum Thema Drams. Für komplette Einsteiger vielleicht, dass man überhaupt erstmal so ein Gefühl kriegt, wie die Straßenbahn funktioniert, ja. dass die Bahn den Gleisen folgt, dass man die Weichen stellen muss, was ja auch nicht überall der Fall ist, eigentlich in der Realität. Ich glaube, die Dram-Fahrer können das machen, aber ich glaube, da geht auch viel über Leitstellen, die die Bahn für die Dram einstellen, die Fahrstraße. Wird ja immer moderner alles. Ja, für die ist das, für so Leute ist das vielleicht was, ist dieses Spiel was. Oder die, ja, wenn man halt auch einfach Spaß an Missionen hat. Weil es gibt halt kein Dram-Spiel, also mir würde keins einfallen, wo es wirklich Missionen gibt. Wer halt auf dieses Feeling auch drauf aus ist, Bahn freischalten, Mission spielen, für die könnte dieses Spiel hier auch was sein. Weil es gibt halt keine Dram-Simulation, wo du Missionen hast. Oder Drams freischalten kannst. Gibt's halt leider nicht. Außer dieses Spiel hier. Ja, für die Person könnte das auch noch was sein. So, gerade mal wieder Notbremse reingehauen, hat zum Glück funktioniert. Hupe habe ich separat. Deswegen habe ich, beziehungsweise die Glocke, habe ich separat betätigt. Weil wenn man hier eine Notbremse macht, es bimmelt nicht. Bimmeln kann man das sowieso nicht bezeichnen. Aber es passiert halt nichts. So, wir fahren gerade mal wieder hier durch. Wobei ich gerade mal was nachschauen möchte. Und zwar, äh, konnten wir da gerade was leveln? Ne, da haben wir schon hochgelevelt. Da haben wir alles gelevelt. Da hatten wir gelevelt. Da hatten wir auch schon. Gut, also hier, weiter Durchfahrt. Wieder zur Haltestelle 1. Von unserer Route. Konnte man nicht auch in Omsi Straßenbahn fahren? Gab es da nicht auch DLCs? Oder wurde das irgendwann entfernt? Ich weiß nicht mal, ob die Möglichkeit noch da ist oder nicht. Aber ich glaube, da gab es auch mal Straßenbahn DLCs für Omsi. Also den Bussimulator. Komplett abgespaced, aber ich glaube, das gab es mal. Oder gibt es noch? So, Haltestelle kann ausgebaut werden. Stufe 5. Dann sind wir O-Code auch auf Level 4. Sehr schön. Dann können wir die Route eigentlich gerade abändern. Ähm, können wir O-Code entfernen. Ähm, ignorieren. Keine Ahnung. So, Änderung übernehmen. Nein. So, jetzt sagen wir hier Route 9. Jetzt fahren. Wählen wir wieder die, ups, nicht die Bahn aus, sondern die wir gerade fahren. Jetzt sollen wir natürlich hier wieder beginnen. Wir müssen dafür einen Umweg fahren. Super. Habe ich fast mit gerechnet, weil Haltestelle 1 halt. Gut. Wir gucken mal, ob wir irgendwo wenden können. Vielleicht müssen wir jetzt auch schon mal die komplette Route außenrum fahren. Das wäre natürlich echt mies. Oh ne. Wurde direkt mitgezählt, die erste Haltestelle. Passt. Passt. Wir können also direkt zur Haltestelle 2 fahren. Haben aber noch über 5 Minuten Zeit, um da hinzukommen, weil das Spiel es anders berechnet hat. Alles klar. Ah, können wir auch nicht ausbauen. Schade. Schade, schade, schade. Ups. Die Tür ein bisschen schnell zugemacht. Rennt mal durch die Mitte rein. Genau, die Tür ist noch offen. Und die hintere auch. So. Blinker links. Weiter geht's. West Oakwood Bay ist unsere nächste Haltestelle. So, ist auch möglich, der Ausbau. Ja, gut. Wenn wir die Haltestelle nochmal anfahren würden. Na gut. Wir brauchen noch 2 Level. Also das müssen wir auf jeden Fall noch hochleveln. Ich denke mal, die noch 2 mal anfahren, die noch 1 mal anfahren. Dann müssten wir hier auf Level 4 sein. Dann können wir West Oakwood auch auf der Route streichen. Dann können wir vielleicht hier eine andere Schleifenroute erstellen, dass wir vielleicht hier noch anfahren. Die Haltestelle. Und dann hier ständig im Kreis nur. Mal schauen. Lass sich mir auf jeden Fall was einfallen. So, das können wir schließen. Scheibenwächer können wir ausmachen. Krass, dass wir mittlerweile ein Scheibenwächer haben bei den modernen Bahnen. Eieiei, unglaublich. So. Hatte man nicht sogar den Release von diesem Spiel vorgeschoben, eine Woche oder zwei? War da nicht irgendwas? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber für Scheibenwächer hat die Zeit nicht mehr gereicht. Ist irgendwie unglaublich. Hier fahren wir jetzt durch. Da hatten wir schon alles auf Level 4 gebracht. Können wir jetzt schön Gas geben? Oh nein, jetzt haben wir einen Bremser vor uns. Wir haben einen Bremser vor uns. Och nö. Und die fährt auch noch die gleiche Route wie wir. Och nö. Na dann, lassen wir uns Zeit beim Ein-Ausstieg. So, wir sind jetzt hier auf Level 3 hoch. Ja, wir lassen uns Zeit. Wir fahren die Rampe noch aus. Wir haben da noch einen Rollstuhlfahrer bzw. Rollstuhlfahrer herin. Nehmen wir natürlich noch mit. Machen wir die Türen langsam mal zu. Und dann geht unsere Fahrt weiter. South Regatta. Ah, die wurde wieder neu gespawnt. Okay. Das werden wir jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit hören, dieses Klönk. Oh Mann. Mal ein bisschen anschieben, oder? Ja, hinten hat man das übrigens mit der Zielanzeige gut gelöst. Weil man hat einfach innen rein quasi wie so einen flachen Bildschirm reingehängt in die Bahn. Da kannst du die Schrift einfach gerade draufsetzen. Das passt ja wieder. Vorne hat man diese Möglichkeit nicht genommen. Würde vorne auch designtechnisch hinpassen. Aber das ist halt auch keine Lösung. So billig einfach gelöst. Man sieht es, wie die Neuen da gerade vor der Bahn rumschweben. Es ist schon hart irgendwie. Naja. So, können wir ausbauen? Ach, schade. Leider nicht. Leider nicht. Na gut. Ja, jetzt haben wir die Tram halt wirklich vor uns. Das heißt, ich muss da jetzt hinterher schleichen. Aber wenigstens das Auto macht Platz. Was auch lustig ist, ich soll blinken, wenn ich an der Haltestelle ranfahre. Macht das die KI? Ja, da blinkt gerade was, weil die Türen offen sind, aber kein Blinker an. Ich muss aber blinken, wenn ich an der Haltestelle halte. Sonst kriege ich keine Punkte oder kriege Ärger. Die KI muss das nicht machen. Was aber auch fehlerhaft ist bei der Zielanzeige hinten. Weiß nicht, können wir das hier gerade nochmal begutachten? Ne, ich kann nicht weit genug rauszoomen. Da steht hinten nur die Nummer. Da ist aber so ein richtig großer Display quasi hinten dran. Da müsste auch normalerweise der restliche Name noch stehen. Also was weiß ich. Linie 9, St. Anthony. Keine Ahnung. Hat man aber da nicht gemacht. Es wird nur die Nummer hinten angezeigt. Obwohl man da einen großen Display extra hingehängt hat. Oder so eine große Matrix-Anzeige. Nächste Pfusch. Und die Bahn wurde wieder gespawnt. Wir haben es gehört. Es ist einfach. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Ob wir das überhaupt noch weitermachen wollen. Ich habe gerade wirklich so einen Durchhänger mit dem Spiel irgendwie. Das macht zwar irgendwie Spaß. Ich will das auch fertig machen. Ich will das auch fertig machen. Ich will sagen können, ich habe Drum-Simulator Urban Transit durchgespielt. Genauso wie den Bus-Simulator 21. Ich habe Nerven bewahrt und habe es durchgezockt. Aber ich weiß nicht. Andererseits denkt man sich so. Ja, irgendwie. Könnte ich auch andere Projekte auf den Kanal bringen. Das ist gerade so ein bisschen. Ja. Ein bisschen mehr Bausimulator oder so. Ups, jetzt habe ich die Tür wieder zu früh zugemacht. Aber gerade noch gestoppt in der Mitte. Rampe hoch, Tür zu. Es ist einfach cool, wenn man behaupten kann, man hat Bus-Simulator 21 durchgespielt. Oder Tram-Simulator Urban Transit durchgespielt. Das ist gut fürs Ego. Da weiß man, man hat Willensstärke bewiesen. Wir müssen auch gleich nochmal gucken, ob wir die eine Haltestelle ausbauen können. An der wir eben gerade gestanden haben. Da kann man auf Stufe 4 gehen. Und hier hoffentlich auch. Jawohl. Ein Level fehlt noch. Ein einziges Level. Ich mag überlegen, wenn ich die Bahn jetzt übernehme und fahre einfach die nächste Haltestelle nochmal an. Es wäre auf jeden Fall schneller. Wir machen einfach mal wieder Trick 17. So, man sieht es, hinten wäre eine riesengroße Matrix-Anzeige. Da wird aber nur die Zahl angezeigt, nicht der Rest. Vorne wird ja auch und an der Seite quasi Nummer plus Schrift. Hinten wird nur die Nummer angezeigt. Und vorne die Schrift, wie gesagt, im Radius, die da habe ich jetzt glaube ich auch genug drüber geschimpft, ist halt nicht an den Radius angepasst. Wir versuchen hier mal mit Trick 17 so ein bisschen schneller voranzukommen. Wenn ich heute Abend dem Lotto gewinne, kaufe ich mir eine wunderschöne Villa in Langside View. Für Winter of Passion und jetzt die lange erwartete Nachfolge-Serie. Spring of Affection. Das ist großartig. Äh, muss ich hier nicht halten? Warum muss ich hier nicht halten? Aber ich habe doch die Route übernommen. Das ist ja jetzt ärgerlich. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, weil ich die Haltestelle hier nicht anfahren sollte. Ich habe die Bahn an der Haltestelle übernommen, an der anderen. Normalerweise wäre das jetzt der nächste Halt gewesen. Soll ich aber nicht anfahren. Soll ich nicht anfahren. Ich soll die zweite Haltestelle anfahren auf der Route. Gibt überhaupt keinen Sinn. Weil warum wäre dann die Bahn dort gewesen, wo ich es übernommen habe? Ich habe gehört, dass es ein guter Abend geht. Das ist schon alles ein bisschen fragwürdig. Ja, wieder eine Born. Eine Born wurde vor uns gespawnt. Eine Tram. Eine Bahn. So, da sollen wir halten. Ja, perfekt geparkt. Sehr schön. Zahltag brauchen wir nicht. Weg damit. Ah, stimmt. Die hatten wir schon, die Haltestelle. Da ist die... Warum haben wir die noch auf der... Warum haben wir die noch auf der Route drauf? Ich glaube, die ist doch gar nicht mehr in der Zone drin, oder? Naja, die nächste aber auf jeden Fall. Die müssen wir noch hochleveln und dann die nächste. Dann können wir auch hier den Stadtteil weglassen. Jetzt sind wir hier mit der kleinen Bahn unterwegs. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich mit der großen durch die Gegend fahren. Kann ausgebaut werden. Jawohl. Fehlt noch ein Level. Aber die werden wir wahrscheinlich zweimal anfangen müssen dafür. Um da hochzukommen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich möchte gerne mal wieder zu einem Konzert gehen. Der Sound da ist einfach so viel besser. Diese Stelle. Diese Stelle ist so tödlich. Da hatten wir jetzt schon einmal fast einen Unfall mit einem LKW. Einmal hatten wir einen. Und jetzt fast wieder mit einem Pickup. Aber das Schöne ist, wir sehen jetzt hier auch nochmal den Scheibenwicher. Der jetzt hier vorhanden ist. Hier funktioniert der übrigens jetzt perfekt von der Animation her. Bei der anderen Bahn nicht. Das ist einfach lustig. Oh Mann. Genau, weil die Haltestelle müssen wir eigentlich gar nicht mehr anfangen. Weil da sind wir schon auf. Moment. Die kann weg. Ja, das würde nix bringen. Das würde auch nix bringen. Na gut. Na gut. Fahren wir erstmal die nächsten Haltestellen noch an. Ich hätte jetzt aber auch nicht gedacht, dass wir so lange brauchen für dieses kleine Stadtgebiet. Weil es am Anfang erst so schnell hoch ging mit den Leveln. Und dann dauert es jetzt doch ein bisschen. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass unsere Kreisroute, also unsere Ringroute, die um die Stadt herum führt, dass sie wahrscheinlich noch recht groß ist. Und wir da nicht so schnell entlang fahren können. Weil es doch ziemlich enge Kurven sind stellenweise. Sonst kriege ich die ganze Zeit Schimpfe. Wollen wir natürlich nicht. Ja, muss mal schauen. Ob das noch irgendwie kleiner macht. Aber andererseits... Es wird ja jetzt kleiner. Hoffentlich bald wieder. Oh nein. Nein. Oh nö. Ja, schön, dass die Bahn bei der KI wieder so randvoll ist. Wir fahren hier leer durch die Gegend. Nein, leer sind wir nicht. Aber vergleich das mal mit der KI-Tram. Kann nicht ausgebaut werden, oder? Hops. Ja. Hat man da gerade wieder kurz kronk gehört? Hat sich fast so angehört. Hat sich fast wie kronk angehört. Also, ich治 nicht fast wie kronk Nein. Ja. Ja, die Bremserbahn. Ich darf nicht fehlen hier bei uns. Ich meine, wir sind auch viel zu früh. Wir sind vier Minuten zu früh. Ich habe vor ein paar Tagen eine neue Stelle im Viertel von Denali Research angetreten. Hey! Die können wir auch schon hochleveln, okay. Na gut, fehlen halt trotzdem noch einige Level. Aber es könnte sein, dass wir in der nächsten Folge dann hier die Seite fertig kriegen. Da müssen wir noch in die große Stadt und da ist halt dann auch nochmal sehr viel Fahrerei. Sehr viel Fahrerei. Aber vielleicht, wenn wir da größere Abstände zwischen den Haltestellen haben, vielleicht kommen wir da auch ein bisschen schneller nach oben. Ich weiß es nicht. Aber ich finde das irgendwie motivierend, wenn man das so auf die Art macht, dass man sich da extra so eine neue Route erstellt und die Route immer mehr verringert. Heißt, du fängst mit einer riesengroßen Linie an, eine riesengroße Route, fährst da die Haltestellen ab. Irgendwann sind es statt 20 Haltestellen nur noch 10. Irgendwann sind es dann 9, 8, 7. Es ist wie so ein Countdown, wo es dann Richtung Missionsende geht. Und das feiere ich eigentlich total. Das ist auch so eine motivierende Sache. Die mich motiviert hier so weiterzumachen. Auch wenn man sich öfters mal über das Spiel aufregt oder über manche Details, die man hier reingebaut hat. Aber, oder Details, die fehlen, sagen wir es mal so. Aber das motiviert halt irgendwie. Das macht süchtig. Schlimm, schlimm. So, die mit dem Rollstuhl möchte nicht raus. Ich würde jetzt aber sagen, wir machen diese Route jetzt nur noch fertig. Also bis wir wieder bei der Haltestelle 1 sind. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Aber ich glaube, dass wir wirklich in der nächsten Folge spätestens dann hier, beziehungsweise ja, in der nächsten Folge, denke ich mal, dass wir damit fertig werden mit dem Leveln hier von der Seite der Insel, beziehungsweise von der Seite der Stadt. Dann können wir in der nächsten Folge eine neue Route erstellen in der anderen Stadt, also auf der anderen Stadtseite. Und dann können wir da anfangen mit dem Leveln. Mit dem Steffeln. Stufe aufsteigen und Leveln ist ja das Tommy-Wort Steffeln. Genau pünktlich, der nächste Zahltag. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld wir mittlerweile haben. So. Och, nur so viel. Geht ja noch. Alles klar, also die Haltestelle und die kriegen wir bei der nächsten Fahrt auf jeden Fall hochgelevelt. Die vielleicht auch, die auch. Da fahren wir eh schon durch. Die kriegen wir auch bei der nächsten Fahrt hochgelevelt und die auch. Ja, sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Könnte schlimmer sein. Ja, wenn wir dann nämlich auf die andere Flussseite rübergucken. Da könnte es schlimmer sein. Da könnte es wirklich schlimmer sein. Jetzt machen sie doch mal langsamer. Beschweren sich die Fahrgäste wieder. Machen sie doch mal langsamer. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht noch schneller wäre. Wie? Da sagt einer, er weiß nicht, ob er mit dem Fahrrad doch schneller wäre. Soll ich noch schneller fahren? Ich kann es probieren. Die Omi beschwert sich, ich fahre zu schnell und der sagt, ja, ich bin vielleicht mit dem Fahrrad doch schneller. Accepted quasi, ja. Wollen wir mal loslegen. Probieren wir es mal. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Boah, jetzt nochmal durchrasen. Die hier anfahren, hochleveln. Die anfahren, West Oakwood abschließen. Boah, ich weiß nicht. Wollen wir noch eine Runde fahren? Wollen wir noch eine Runde fahren? Ausnahmsweise. Boah, ich glaube das, nee. Ich muss aufhören. Ich schaffe es zeitlich nicht. Das dauert so lange, bis ich da einfach nochmal runter rumgefahren bin. Ja, deswegen würde ich sagen, wir kommen hier ans Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen würde, bis er weiterhelfen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommi. Tschüss.